Weißer Sandstrand, Palmen und türkisfarbenes Wasser. Für viele ein Urlaubstraum, der dieses Jahr wegen Corona nicht in Erfüllung geht. Doch Sarah Lombardi wagt jetzt einen Urlaub ganz weit weg von Ostsee und Harz. Gemeinsam mit ihrem Freund, Fußballer Julian Büscher und Söhnchen Alessio, verbringt sie ganz entspannte Tage auf den Malediven. Für Freund Julian vielleicht sogar zu entspannt. Schatz, lass uns doch bitte einen Zweierkajak nehmen, da kann ich auch paddeln. Dann kann ich ein bisschen Sport machen heute schon mal. Ah ja, das waren die Worte. Kommen wir voran? Du gibst richtig Gas, ne? Schifffahrsprache, ne? Geht's dir gut? Gut, wertvollste Fracht an Bord. Ich geb Gas. Wenig später ist dann auch Sarah topfit und erkundet mit ihrem Liebsten die Unterwasserwelt. Die Sonne scheint und das Wasser ist kristallklar. Paradiesischer geht es kaum. Und Söhn Alessio genießt den Sonnenuntergang mit Mama auf dem Stand-up-Paddleboard. Was für ein schöner Mama-Kind-Moment. Zum traumhaften Schnappschuss schreibt die 27-Jährige, Ich möchte dir die Welt zeigen. Und auch Julian ist ganz infiziert von so viel Liebe und filmt sich, wie er seiner Herzensdame einen ganz romantischen Kuss gibt. Die beiden sind seit Anfang 2020 ein Paar und wirken auf diesen Bildern noch so verliebt wie am ersten Tag. Bis zum nächsten Mal.